Kommande! Sie sollen mich doch nicht mehr so nennen, James. Und salutieren soll ich auch nicht. Wir müssen gehen. Das Verteidigungskomitee will Sie sein. Klingt wichtig. Was ist denn los? Haben Sie nicht gesagt. Nur, dass Sie gebraucht würden. Sofort. Anderson! Andrew, Sie sehen gut aus, Shepard. Vielleicht ein bisschen runde. Wie geht's Ihnen, seit Sie suspendiert wurden? Naja, wenn man sich erst an gutes Essen und weiche Betten gewöhnt hat. Wir kriegen das schon hin. Was geht hier vor? Warum haben es alle so einig? Admiral Hackett mobilisiert die Flotten. Das Allianz-Oberkommando weiß es inzwischen. Da kommt was Großes auf uns zu. Die Reaper? Wissen wir nicht. Nicht sicher. Was soll es denn sonst sein? Wenn ich das wüsste... Wenn Sie es sind, sind wir nicht bereit. Bei weitem nicht. Sagen Sie das dem Verteidigungskomitee... Wenn wir die Reaper nicht totquatschen wollen, ist das Komitee völlige Zeitverschwendung. Arrest? Keiner hat gesehen, was Sie gesehen haben. Sie sind einem Reaper begegnet, haben mit einem gesprochen und ihn gesprengt. Sie wissen, wie Sie uns ernten und was Sie mit uns vorhaben. Niemand kennt diesen Feind besser als Sie. Bekam ich deshalb Arrest? Noch dazu, ohne Schiff? Sie wissen, dass es nicht so ist. Nach Ihren Aktionen... ...jeder andere wäre angeklagt, verurteilt und entlassen worden. Ihr Wissen über die Reaper hat verhindert, dass es dazu kam. Sie waren auf meiner Seite. Ja, ich vertraue Ihnen, Shepard. Und das Komitee auch. Ich bin nur eine Soldatin, Anderson. Keine Politikerin. Das sollen Sie oft nicht sein. Ich will nur, dass Sie alles Menschenmögliche tun, um die Reaper aufzuhalten. Sie werden beide erwartet, Admiral. Viel Glück da drin, Shepard. Das weiß man bei denen nie. Ich warte jetzt auf Befehle. Lieutenant Commander? Wussten Sie es noch nicht? Nein, ich bin momentan nicht besonders gut informiert. Das tut mir leid, Ma'am. Es war nicht meine Absicht. Es ist ja nicht so, dass Sie mir den Reaper-Angriff verschwiegen hätten. Wohl wahr. Admiral? Gehen wir. Sie kennen den Commander? Von früher. Admiral Anderson, Shepard. Wie ist die Lage? Das wollten wir von Ihnen hören. So was wie diese Berichte haben wir noch nie gesehen. Wir haben den Kontakt mit den Kolonien und allem jenseits des Zollportals verloren. Was es auch ist, es muss unfassbar mächtig sein. Ich soll doch nur bestätigen, was Sie bereits wissen. Die Reaper sind da. Und wie halten wir sie auf? Aufhalten? Vergessen Sie Strategie und Taktik. Hier geht's ums Überleben. Die Reaper sind höher entwickelt als wir. Mächtiger. Intelligenter. Sie fürchten uns nicht und werden niemals Mitleid mit uns haben. Sie fürchten uns nicht und werden nicht mit uns haben.